Servus, grüß Gott in der Flugschule Skyclub Austria. Ich bin der Leiter und Gründer der Flugschule. Die Gründung ist 30 Jahre her. Meine Vision damals war, eine Flugschule zu schaffen, in der man absolut unkompliziert und absolut sicher Badergleiten erlernen und ausüben kann. Ich denke, das ist mir auch gelungen. Skyclub Austria ist heute eine internationale Flugschule, mit hervorragenden Leuten im Team, die alle Facetten, die Gleitschirmfliegen bietet, in höchster Qualität unterrichten können. Dazu gehört das ganz normale, schöne Gleitschirmfliegen. Dann gehört dazu das Thermik- und Streckenfliegen, Sicherheitstraining, Akkufliegen und Reisen in die ganze Welt unter kompetenter Leitung. Wir bieten von der Grundausbildung bis zum Sicherheitstraining, bis zum Erwerb der Lehrberechtigung, bis zur Werkstatt-Service-Check für die Flugausrüstungen, einen Fachhandel dazu alles, was sich ein Gleitschirmpilot wünschen kann. Es ist alles vorhanden. Dazu haben wir viel mit dem Flypark-Dachstein, den größten privaten Flypark der Alpen, mit hervorragenden Fluggeländen rund um den Dachstein. Und hier gilt Klasse-Stadtmasse. Unsere Hauptmarken sind Advance, Viviuk, Ozon und neuerdings auch BGD und Skywalk. Die Ausbildung ist so durchdacht, dass eigentlich wirklich jedermann Gleitschirmfliegen bei uns ganz einfach und unkompliziert erlernen kann. Die Ausbildung ist so durchdacht,